hallo leute und herzlich willkommen wieder bei lich of legends soll ich da kaufen der scheiße ja kauf ich kurz nein ja genau so ich spiel mit nicht mit asch mit asch was geht das ich hab gesagt pott gehe ich war geil der geld meint ich werde ja nicht denke dass er ist allein mein gott diese manche spieler regen mir sowas von auf die sagen nicht wo und gehen einfach rein dort ist china so noch nicht verwechseln zu werden habe gesagt mit 1 klingt fast gleich aber er ist ein namen an asche sein hintern sozusagen ja aha getroffen getroffen ja endlich ich habe wahrscheinlich versprochen auf neue lane zu spielen ja nächstes mal wahrscheinlich mache ich das noch vergessen ich habe das vergessen und kurz spielen wir aber jetzt mal werde ich auf die neue versuchen diese woche zu marken bevor ich diese link weg diese map weg das ist habe ich erwartet dass es nicht würde immer nur die wollen versuchen wahrscheinlich wie das würde laufen ich verstehe langsam den welchen welt nicht am besten wenn wir so verrecken daneben daneben ansonsten habe ich geschossen guin du kleiner glück scheiße ich mache noch wenig schaden das ist scheiße an ich mache noch wenig schaden das ist scheiße an ich mache das ich mache mich Ja, gut hier. Haha, da nehm ich, Queen. Du musst besser zielen, Queen. Apropos, dann komm. Keine böse Überraschung an. Ja, klar. Ah, ich kippe die, ich kippe mich, aber ich schaffe das Enkel, was ist das? Hm, zu spät. Ich muss endlich mir die fucking Schuhe kaufen. Ja, die hab schon Ultinator. Besser könnt ihr nicht laufen, oder? Ja, ich kippe mich. Oh, jawohl. Oh, nein. Okay. Oh, ja. Ja, 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 jetzt habe ich mein Ulti, was sagst du jetzt? Queen? Ich werde auch ein bisschen schwäger als wir. Ja, aber dafür hat Might Probleme mehr zu tun als wir. Ja, klar, Pawek, F! jetzt zählte ich war ein fahrrad und habe auf 10 ok die gedruckt war legt mir am arsch klar lacht mich aus was hast du du gekauft ja ich habe schon komplett meine schuhe gekauft dann gehe ich auf klingende unendlichkeit wenn er mich nicht täuschen dann geht er richtig los aber ich habe bis jetzt muss ich den schaden ja mit einem minion sie geht nicht da hin was macht er fuck ne ich muss auch rüsten gehen weil die machen ja über drin die schaden das ist dann wieder besser ein bisschen ja okay 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 königet mir einfach senkel er werde überdenken mich haben ich bin ein bisschen defensiver nein ich habe zu höhere pin schon wieder leck mir im arsch die königet mir schon richtig auf die senkel okay 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 schon wieder nein das gibt es nicht ich bin da noch dazu schon wieder okay was geht jetzt schief hallo fuck ich bin dort ich bin da ich bin da Jetzt kann ich bewegen gell, nur wenn kommen Gegner, dann haben sie ja viel Höhenpin heute Ich habe das Geld mit meinem Arsch Okay Ich hoffe die Queen wird kommen nicht gleich Geh lieber zurück Ja und jetzt schon wieder Kommen Gegner und mich killt Was? Ah Ah Der Gegner hat den Punkt gestohlen. Einzelprogramm. Wer ist das? Mann ich kann nix machen. Was ist jetzt lo- Ist das überhaupt nicht angekommen? Noch nicht. Toll. Egal ich geh top. Ich schau mir das. Oh. Oh. Ich fiel dir so. Oh. Gewalt. Hätte ich auch ne Scheiß. Wegen meiner fucking Verbindung. So. Puh. Gold. 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 Ich will fucking Turm. Daumen. Ja Quinn kommt ne. Ja. Brand auch. Zittich Brand. Warte. Ah Warwick noch kommt. Ja klar. Ich seh ihn nicht. Ich hab ein bisschen. Top. Gefiedert. Gefiedert. Ähm. Na ja. Ein bisschen. Weiter gegangen. Den tun brauchen nicht viel. Zu sterben. capri und die ja. In den dix habe ich schon das übel. Ja Morgana ist. Ah. Bein Wacken hab ich schon. Aber die ist Level 9. Oh. Ja. Wenn sie auch schon haben. Ja, klar allein, gell? Mit dessen bekommt er ein bisschen Gold Ja, klar, 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 klar Und ich verpiste mich. Achso, haha, ich meinte auch, es geht so los, gegen Brand haben wir schon oder nicht, das konnte knapp sein mit Brand, ja war weg, gell, du kleiner Camper, Schutzengel, abhauen, scheiß war weg, war weg, Boah, geht die mir auf die Senkel ohne Scheiß. Ich versuche mein Bestes zu geben, und ich kümle mich so, einfach so. Egal. Ja, wenn ich euch erzählen will, weil ich will noch neue Map, auch wenn ich mache wahrscheinlich morgen oder heute noch, wenn ich komme von Arbeit. Weil kurz muss, bald muss ich ins Arbeit gehen. Das mache ich kurz vor der Arbeit, und ja, mal sehen wie das wieder laufen. Ja. 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 habe ich leben und tempo habe ich keine chance ja klar war ich wieder die idee will mich reporten weil die leute welche wollen nur reporten reporten das manche spielen schlimmer und die richter nicht nur die welche ja ich verstehe das auch nicht mit der reporten ich finde manche übertreiben echt zu viel wenn man hat schlechte verbindung dann und dann steht man auf einen platz und dann aus versehen werdet ihr mal reportet den personen ich gehe kurz weg mal sehen ob treffe ich waaah habe ich aufmessamkeit gemacht ja jenks wow fuck wieso bin ich nicht zurückgegangen mit jenks diese geschwindigkeit haben wir keine chance und dann noch liebes raub und ich bin noch nicht gegangen auf angriff das ist die schlimmste aber wenn ich ja in im ja w ich ja Jo, war weg, weil ich keinen Bock auf, war weg, hab ich. Ich will ein bisschen Gold verdienen. Ja, Morgana, gell? Ich muss weg. Boah, das ist so unfair, ohne Scheiß. Morgana war im Busch, hab ich nicht nachgeschaut. Hab ich nicht gesehen. Ja, könnte es sein, dass man diese, wie heißt diese, diese Schmuck, diese Dingspunks, welche wir mal sehen. Ich hab vergessen, wie das heißt. Ich hab im Busch geplatziert und dann, ja, teleportiert hierhin. Und dann haben wir eine Überraschung. Schnell. Ja, und jetzt schau, wie schnell mach ich das. Ja. Defensiv muss ich, glaub ich, mehr spielen. Ich hab nichts mit dem, was ich nicht verletzen kann. Ja. 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 Scheiße. Scheiße. Klaus, da sind zwei. Aber dann ist sie. Jinx. Ja, die haben mir nicht geholfen, gell. Boah, die ist einfach abgehauen. Ich habe gedacht, sie helpt mir aber. Ein bisschen hastig für das. Ich habe gedacht, ich helpt mir. Und dann muss ich allein auf mich aufpassen, gell. Voll-Beta finde ich ja ein bisschen geil. Aber geil, was kann man machen? Manche Spinnen sind so. Oh, die haben Mates schon gepusht. Ja, Brand und Mann. Aber leider daneben, gell. Brandchen. Ich geh. Ja, Jinx, geh. Du kleine. Ohne Scheiß. Heute haben wir Scheiß Gegner. Nee, ich kann die nicht verteilen. Die Jinx geben ja richtig. Ja, ich bin Piss. Ja, nur ich und die andere sind da. Das heißt, nicht er. Die video ist ja also Magnus. Ihr meintvan miss 我 protective. Ja, es ist dynamisch. Das war's. Ah fuck egal, ich bin noch nicht dort Ah, verschwenden meine Manna an, das ist schon scheiße Ok Kann ich jetzt mir das was kaufen, yeeey Und die jetzt killen mich nicht so schnell, weil ich hab Lebensraub Und Dings, diese kleine Malaga Ja, scheiße Scheiße Vorig kommt Scheiße Vorig Boah fucking Turm, ich hasse es Scheiße, die werden mich suchen, weil ich bin leichter aufpassen Aufpassen, ja Jetzt geh ich zurück, ey scheißegal Die geht auch zurück Ah fuck this Ja, klar Oh Die haben jetzt Doppelprobleme Wenn wir pushen, diese zwei machen wir da und dann die haben Doppelprobleme Ich denke, was seine Gäten auf Top wird er sich beschäftigen Ja, so wie hier hab ich gesagt Wer kann hier pushen Die sind unten 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 Jigsowaer haben mich nicht gesehen Ich mach auf Auf Risiko Ja, das habe ich auch vor. Ja, alle kommen zu mir jetzt, gell? Weil alle sind tot. Fuck, die fucking Jinx, aber habe ich den einen kaputt gemacht. Ja, ich werde versuchen, aber so einfach wird auch das nicht. Oh, okay. Die wollen... Oh, jetzt werden die pushen oder was? Ach, du schande, die sind ab. Ich werde nicht signalweisen. Wow, weg. Ja, immer auf mich, gell? Ich gehe zurück, mir auch eine Scheiße. Ich werde nicht schon wieder sterben. Noch ein bisschen wird auch nicht schlecht. Jetzt machen wir noch mehr Schatten, geil. Ich habe gedacht, ich habe ihn abhauen, aber der, der war schneller, mich zu killen. Boah, diese kleine Glücksscheißerin. Das Schlimmste, ich habe nicht so großes Tempo. Haha. Ich will anders machen jetzt. schon wieder hinterhaltig sein. Ich will jetzt schon wieder hinterhaltig sein. Ich will. Die sind der Schill mit... Fuck. Der hat mich gesehen. Mann Alter, wie schnell die war Oh, oh ne Scheiß Ah, jetzt, fuck Ich mache nicht genug Schaden, oh ne Scheiß Geh mir halt auf das Senkel Ich muss da glaube ich mehr auf Tempo gehen Deswegen Jetzt haben sie Vorteil Die sind nicht so beschäftigt Mein Tempo ist nicht so groß wie Jinx Zu vergleichen Die sind schon 18, ich bin 16 Ja klar Nur ein Team Allein will ich nicht laufen Selbstmangentlich Mann, wieso bin ich gestorben? Oh ne Scheiß Ah, Jinx Ist Hammer auch, gell Ja, Baron hat die gemacht, klar Ja, wie Ja, weil Jinx ist ein großer Vorteil Weil sogar Jinx Wenn sie ist Level 18 Und ist Hat gute Sachen gekauft Hat viel Lebensraum Und hat sehr große Geschwindigkeit Also sie kann sogar Allein Baron Fertigmachen Ich habe selber so Ein paar Mal so gemacht Ohne Scheiß Und dann habe ich gewonnen Leute Leute Und dann Und dann Und dann Und dann Mal so ja ja getroffen mit er habe sehr lange nicht gespielt früher war mein Lieblings-Chem-Momba, jetzt ist André mein Lieblings-Chem-Momba Ich habe noch eine Lieblings-Chem-Momba Boah, Queen Ah, hin, mach hin Jetzt muss ich nur auf mein Tempo gehen, ohne Scheiß Tada Aber das verkaufe ich mir Das muss ich mir kaufen Ach, du Schande Ja, yes Ja, das muss ich mir Oh, nice, bot Dingses, scheiße Aber das war nicht schlecht Haben den Jinx fertig gemacht Ja, pushen, pushen, pushen Ja, das geht auch nicht, ja Ja, gewonnen So Leute, das war's für diese Runde Und bis nächstes Mal Ja, könnt ihr ja sehen Kuss Statistik und so weiter Ich hatte über wenig Ein bisschen mehr als die Axt, aber immerhin Also Leute, bis nächstes Mal Ciao